Das sind deine Vorhaben-Kabineen. Das sind projektebare Formen. Aber im Prinzip ist es eine Kopie-Kabineen, die das bei den Werkzeugen-Kabineen haben. Oder jetzt? Das ist ein Projektes. Der Werkzeug-Kabineen. Das ist eine Kopie-Kabineen. Das kopiert von der Kopie-Kabineen. Das ist der Schöpfung der Kürbungsgabe. Das ist der Schöpfung der Kürbungsgabe. Oder vielleicht kommt ihr jetzt das erste Mal das direkt an. Das ist ja auch so. Das ist der Schöpfung der Kürbungsgabe. Der ist ja schon immer wieder auf dem Kürbungsgabend. Jetzt kommt das mal ein bisschen. Das ist der Schöpfung der Kürbungsgabend. Schöpfung der Kürbungsgabe ist bei der Kürbungsgabe. Das ist ein paar Lachen hier. Und das ist ein paar Lachen.